Was ist? Ist ihr Schützenfest? So, Herr Hobbes, den Südamerika-Vertrag mit der Kleinen musst du jetzt endlich perfekt machen. Aha, du willst also wieder mal das Angenehme mit nützlichen Verbinden. Und was wird mit den beiden Alten? Denen erzählst du ganz einfach, dass du ihnen einen neuen Vertrag verschaffst. Ohne die Tochter. Bist du wahnsinnig? Wer nimmt diese beiden Rummelplatz-Komedianten? Niemand natürlich. Aber sagen kannst du sie dann doch, damit wir sie endlich los sind. Also arrangiere das. Und mit dem Mädel, da werde ich schon allein fertig.